Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von Mewtrick.com, euer Shop für Nischenideen. Heute möchte ich mit euch den Ratgeber durchsprechen, worauf man da achten sollte und warum wir genau 52 Ratgeberthemen nehmen. Das hier ist die Webseitenstruktur von der Oberfräsenseite. Wie wir sehen, die 10 Startseitenfragen, also die Fragen, die auf der Startseite ausformuliert werden, dann die ganzen Unterseiten, die Hersteller, Zubehör, Watt und Spezial und so und hier der Oberfräsenvergleich. Hier rechts in der Seite sind die Produkte und hier in der Mitte dann ist der Ratgeber. Und wie ihr seht, haben wir 52 Ratgeberfragen und die werden zu jeweils 300 bis 500 Wörter ausformuliert bzw. wurden ausformuliert. Und jetzt seht ihr hier gleich mal, dass wir relativ viele Fragen haben, 52 Stück, bedeutet für jede Woche genau eine Frage. Wir werden das Ganze so machen, dass natürlich von Anfang an 10 Fragen veröffentlicht werden, dass man auch für den Backlinkaufbau dann was zum Verlinken hat und dass auch die Leute auf die Seite kommen und auch was lesen können im Ratgeberbereich. Und dementsprechend werden wir dann jede Woche noch eine Ratgeberfrage veröffentlichen. Das Ganze passiert vollkommen automatisiert auf WordPress. Das kann man da einstellen im Backendbereich. Wie man das Ganze dann macht, werde ich euch auch noch zeigen. Und somit könnt ihr dann einfach die Ratgeber jede Woche veröffentlichen. Einmal die Texte einfügen und dann einfach jede Woche einstellen, dass veröffentlicht wird. Das hat einige Vorteile. Erstens, wir haben einiges an Inhalte, also das Ganze werden dann, wenn es zu 300 Wörter ausformuliert werden, 15.000 Wörter ungefähr, ein bisschen drüber, ich glaube 15.600 oder 300 oder sowas. Irgendwie um den Dreh müsste das was sein. Und das ist natürlich eine richtig große Anzahl an Texten. Außerdem, wenn wir jede Woche Texte veröffentlichen, sieht Google, okay, die Seite ist nicht inaktiv, weil würdet ihr angenommen 20.000, 25.000 oder 30.000 Wörter innerhalb von 2-3 Tagen veröffentlichen, also ihr bestellt das Ganze und dann veröffentlicht ihr das und dann kommt einfach ein Jahr lang oder zwei Jahre lang überhaupt nichts Neues mehr, vielleicht mal irgendwann einen Blogartikel oder einen Backendtausch oder so, dann ist das Ganze natürlich einfach nur eine inaktive Seite für Google. Und wenn ihr aber so jede Woche neue Artikel veröffentlicht, zumindest ein Artikel, dann sieht Google, okay, die Seite ist aktiv und da gibt es immer noch relevante Inhalte. Dementsprechend wird langfristig auch das Ranking darüber gut steigen und wird sich positiv entwickeln und deswegen haben wir auch 52 Ratüberfragen, dass wir das Ganze über ein Jahr gut timen können. Wir haben jetzt keine Fragen genommen, die besonders Supolum haben oder nicht. Könnt natürlich schauen, dass ihr Fragen nehmt, die auch Supolum haben oder Leute danach suchen, aber wir haben jetzt einfach darauf geachtet, Fragen, die vielleicht sinnvoll sind, manche sind wiederum nicht so sinnvoll, aber Oberfräsen ohne Tisch oder sowas, das sind halt dann so Fragen, die vielleicht weniger Sinn machen, aber wie den Umgang mit Oberfräsen lernen, das ist dann vielleicht eine Frage, die ein bisschen sinnvoller ist und die auch einige Leute interessieren wird. Also wir haben da Mix drin und so haben wir auf jeden Fall 52 Ratgeberfragen, das geht jetzt nicht auf 10 Minuten, die zu finden. Macht euch da einfach ein paar Gedanken und überlegt euch einfach gute Fragen. Ihr könnt die hier auch einfach übernehmen, natürlich eure Keywords einsetzen, soweit die passen und dann könnt ihr da wirklich einen guten Ratgeber damit gestalten und auch gut, dass ihr da im Ranking was erreicht. Jetzt bin ich auf der Oberfräsen-Seite und gehe mal auf Beiträge drauf und da haben wir schon ein paar Ratgeber veröffentlicht, sieben Stück sind es an der Zahl und ich werde euch gleich zeigen, wie man die auch planen kann, das werden wir natürlich noch machen und der Ratgeber sehen, wie die Ratgeber einzeln, also 7 bis 1 hier unten und wir können das Ganze einstellen, hier unter erstellen, dass der Ratgeber erst veröffentlicht wird. Hier trage ich jetzt auch mal Test ein und jetzt kann ich hier rechts an der Seite einstellen, wann das Ganze veröffentlicht werden soll. Wichtig ist, ihr dürft hier nicht veröffentlichen, speichern könnt ihr schon machen, aber ihr müsst hier dann wirklich einstellen, dass das Ganze auch stehendes Review oder Entwurf ist oder so, also nicht veröffentlichen und hier unten müsst ihr dann sofort veröffentlichen, bearbeiten drücken und dann anderes Datum eingeben, zum Beispiel den 29. Januar 2017 um und dann zum Beispiel 15 Uhr genau und dann auf OK drücken und jetzt kann man hier auf Planen drücken. Wichtig ist, ihr müsst Plan nicht veröffentlichen oder speichern oder so, sonst geht das nicht, sondern wirklich hier auf Planen, dann ist das Ganze getimed und wird automatisch veröffentlicht. Und somit könnt ihr das Ganze natürlich für ein ganzes Jahr vorplanen und ihr nehmt einfach einen Online-Kalender oder eine Textdatei und schreibt euch einfach auf, wann ihr das dann veröffentlicht, mal an den Samstag, mal an den Sonntag, aber ungefähr jede Woche einen. Ihr könnt euch mal jetzt auch zwei nacheinander machen oder so und das Ganze dann nicht auf 52 Wochen aufteilen, beziehungsweise 42 Wochen, weil 10 veröffentlicht man ja von Anfang an. Ihr könnt aber auch mal dann mehr oder weniger machen. Also ungefähr jede Woche einen veröffentlichen. Es sollte jetzt nicht so sein, dass es genau jeden Samstag um 15 Uhr ist, sondern da wirklich schauen, dass vielleicht mal eine Stunde später früher oder auch einen Tag früher oder später das Ganze passiert. Somit kann man seine Internetseite natürlich gut und langfristig nach oben bringen und das Ganze wird natürlich einiges fürs Ranking bringen und hier steht dann auch Test minus geplant und so seht ihr dann, wann der dann geplant ist. Hier rechts in der Seite für den 29.01.2017. Die Uhrzeit seht ihr hier natürlich nicht, aber um 15 Uhr sollte das Ganze dann veröffentlicht werden. Hier nochmal zum Anschauen die ganzen Ratgeberthemen und die werden natürlich über die nächsten Wochen veröffentlicht. Wenn euch das Video gefallen hat und vor allem geholfen hat und geklärt hat, warum wir das Ganze so machen, dann würden wir uns über den Daumen nach oben freuen, wenn wir irgendwelchen Fragen oder so. Schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.